Von Brill und es gibt Freistoß für ihn und er hat vor zwei Jahren aus 40 Metern schon mal ein Tor erzielt gegen Hessen Kassel und wiederholt die Geschichte. Unglaublich aber wahr, was für ein Strahl, was für ein Tor. Ein unglaublicher Treffer von Christian Telsch. Da hat er schon mal so ein Tor hier erzielt vor zwei Jahren und macht das wieder. Ein Tor des Monats.